Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Display und zwar zu Rockelietsch. Die spielen ja alle momentan und ich bin nicht alleine. Tantum ist da und Leo Gator ist da. Moin Moin, Manfred is back. Manfred is back und wir spielen immer noch Rockelietsch. Ja, immer noch. Ich bin ein bisschen besser geworden. Ich versuche mal nicht so rumzuschreien. Gestern haben wir auch Rockelietsch gezockt. Aber nicht aufgenommen natürlich. Oh nein. Die leichte Eskalation. Ja, aber wirklich. Und Chaos ist hier auch immer vorprogrammiert. Oh man. Ja, kommt jetzt. Ja, das ist gut, das ist gut. Daneben. Mach mit, Leo. Mit. Nein. Nein. Okay, okay. Ach man, wieso nimmt er den nicht? Ich habe jetzt Schleimbolzen hier hinten. Leo, lauf. Verdammt. Oh oh. Sie zerstören mich. Nein. Das kann doch nicht sein. Verdammt, verdammt, verdammt. Nein, das wird ein Tor. Das wird ein Tor. Scheiße. Ich glaube, ich habe eigentlich ein Tor gemacht. Ne, hast du nicht. Der war schon so gut wie die anderen. Der war schon so gut. Nein, du hast ihn noch nicht mal berührt. Doch, gerade am Schluss. Doch, gerade am Schluss. Der wäre so reingegangen. Er wäre reingegangen. Okay, ich gehe mit drauf. So, ich habe erster Kontakt. Aua. Das tut weh. Oh, bitte. Schön. Ja, ach. Oh man. Ach, scheiße, Mann. Wird so knapp vorbeigefungen. Alle jetzt machen die wieder ein Tor. Nein, jetzt machen die wieder ein Tor. Oh man. Ernsthaft? Ach, das kann doch mal nicht sein. Schon 2-0 hinten, das kann doch nicht sein. Und wir spielen dann online. 3 vs. 3. Ja, leider. Muss man mal dazu sagen. Mann. Ja. Und online sind sie voll stark, Alter. Ich bleibe hinten. Na ja, jetzt spielen sie ja schon die Leute länger. Ja. Ja. Wir haben halt ein bisschen spät angefangen mit dem großen Kuchen halten. Ja, ich spiel schon länger. Ja, komm. Ein bisschen. Matzi nach vorne. Ja, ich mach schau. Pass auf. Oh, nein. Nicht schon wieder da hin. Kann ich mir einfach nach vorne schießen, bitte? Ja, ich will ja nach vorne schießen, aber ich komme noch nicht hin. Oh man. Perfeter und den Ball. Ja, okay. Sehr gut. Der will mich zerstören, der Tybi. Ja, lass ihn. Ja, okay. Ja, okay. Der ist gut. Na ja, der haut ihn gleich wieder. Jawoll. Nein. Okay. Okay, sehr gut. Mann. Ach, Mist. Hab ich ihn nicht mehr gericht richtig. Nein, jetzt geht er wieder. Jetzt geht er wieder rein. Nein, jetzt geht er rein. Nein, geht er nicht. Oh, Mann. Sehr gut. Hast du schön gemacht. Danke. Komm, mach hin. Wir brauchen jetzt ein Tor. Warte, die noch bitte. Ja. Da, Mitte. Ah ja, hab ich. Der war zu spät. Sag mal. Kann ich mir zocken hier oder was? Halt auf da. Mach ihn. Ja. Ja, ist schon wieder ein Tor. Nein. Ja, Leute. Das kann doch nichts sein. Wir gehen meistens so 3-0 in Rückstande, dann packen wir aus. Ja, ja. Ach so, okay. Wir holen jetzt unsere Skills raus, meinster. Leo mit deinem Hex. Der kommt dann an. Ich bleib hinten. Ja, ich fahr auf nicht. Super. Ja. Ja. Erste Ball berühren. Okay. Das brennt uns. Jo. Der berührt mich und ich flieg 2000 Meter weg. Alles klar. Ah, super ey. Ja, erstmal, erstmal mich weghacken hier oder was? Ja. Nein. Und das war ja wohl, das war ja wohl ein schmieriger Abglatz hier. Das war ein bisschen worth. Aber wirklich. Ich hab den noch nicht mal berührt und zack und die machen den einfach rein. Ey, das gewinnen wir noch. Alter, ey. Wir haben ja auch schon Zeit, nicht wahr? Ich pack' ich meine Hexen aus. Jetzt pack' ich meine Hexen aus. Okay, ich geh mit. Ja, Ball ist beim Stehen. Ja, ich hab' meine Hexen rausgefasst. Aber, aber der Ball ist trotzdem drin gewesen. Was soll der halt? Schlechtestes Game-Over. Ja, komm mal an mir. Warum hast du nicht... Oh, das war aber... Ja, sorry. Das war ein bisschen schade, wa? Würde ich mal sagen. Tante und du, Matsi. Ja, ich geh mit, ja. Eigentlich nur Matsi, aber naja. Ich hab' auch den ersten Kontakt gehabt. Oh. Nein! Och, Mann, ey. Der Probierstar, der ist immer gleich am Ball hier. Oh, nein! Und 6-0. Alter, die ziehen uns ja voll ab, Alter. Lass uns wenigstens noch nen Ernturm machen. Lass uns wenigstens nen Ernturm machen. Ey, D-Dosen, wir sind. Ja, du mit deinen D-Dosen. Hahaha. Scheiß, Alter. Kann doch nicht sein. Das ist doch richtig schlechtes Game, krass. Aber gerade, das ist aber wirklich... Ich hab' den ersten Kontakt nicht gehabt. Oh, Mann. Wieso sind wir alle gefahren? Kann man das nur erzählen? Ja, wir hätten uns aufwerfen sollen erstmal. Ja, ich... Ach, du hast dich ja genau gewertet. Ich hab' kein... kein Spiel mehr. Foul. Oh, Pappel. Okay. Oh, nein! Oh, Gott sei Dank, ey. Er ist wirklich so'n Ball gefahren. Na, was machst du denn da? Wieso über'n Tor? Oh, Alter. Ich mach' eh alles mit dich. Ach, nein! Das war die Handlung nicht fass, ey. Alter! Okay. Alter, geh' doch Hand an am Ball! Ach, nicht zurück! Na ja... Nicht da hin! Das ist doch wieder ein Punkt für die! Genau, wollte ich grad sagen. Ja, komm! Jetzt aber! Ein... Ein Erntor! Komm, ein Erntor! Das kann doch wohl nicht sein! Alter, der... Der... Ich bin Mitte! Ich bin Mitte! Alter! Ey, geh weg! Geh' runter! Runter! Die spielen sogar so aggressiv, dass alle nach vorne gehen. Ja! 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 Auf jeden Fall! Nein! Wieso hab' ich denn hinten gesprungen? Ja, eher so mach' ich noch! Nein! Ja, sehr gut! Okay! Ich mach' mit! Weil seine Hexen rauskackt! Oh, lol! Alter! Guck mal! Kein Tor gemacht! Das kann doch nicht sein! Und das sind der... Wir haben noch 10 Sekunden! Nee! Nee! Doch einfach, dass ich... Ja, mach' denn immer... Wer schießt immer unsere Base zurück von uns? Ich nicht! Ich hab' ihn noch nicht mal berührt! Ja! Nein, Leo, du bist das oft, glaub' ich! Ja, toll! Ja, toll! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Ja, aber richtig! Wir haben gestern besser gespielt! Auf jeden Fall! Lass doch ne neue Aufnahme beginnen! Die ist irgendwie scheiße! Nein! Lassen wir so! Bereit! Und Revanche! Fertig! Ja, Revanche geht schon! Komm! Von mir aus kannst du machen! Ich... Ich lass' drin! Hallo! Mein Gott! Das ist dann... Ist dann halt ne Fehlaufnahme! Oder was auch immer! Oder keine Ahnung! Die schlechteste ever! Oder so! Ja, eben! Aus... Es sind Störungen, wie... Genau! Und außerdem sind jetzt zwei neue Leute dabei! Ja! Und vielleicht können die ja nichts! Leo! Du bleibst hinten, wenn du im Tor bist! DÖ! Okay! Okay! Ich hab meine Aufnahme nicht beendet! Ja! Ich hab's nicht hingekriegt! Hahaha! Ich hab's nicht hingekriegt! Ich hab's nicht hingekriegt! Na, nicht da! Wir sind blau, ne? Gott! Ja! Okay, sehr gut! Die blaue fließt immer nach hinten! Ich seh das! Ja! Ich will auch! Ich mach! Sehr gut! Torchance! Torchance! Jetzt! Ja! Ich hab's gemacht! Ich hab's gemacht! So geht das! So, jetzt holen wir uns das jetzt einfach! Guck mal! Aber, was für ein Abstaubertor! Boah! Abstaubertor! Leo ist vorbei gespielt! Ja! Allerdings! So geht das! So! So! Jetzt aber! Jetzt holen wir dann! Ohne! 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 Das wird ein Tor! Das kann ja wohl nicht angehen! Hey! Der ist jetzt nicht hinten geblieben! Leo, du warst im Tor! Ich bin da! Ey! Was? Ja! Ja! Wir waren beide auf das Gleiche! Aber richtig! Das war aber richtig fehl gerade! Egal! Der war sein Tor! Ich bleib hinter! Ich bleib hinter! Ich bleib hinter! Ich bleib hinter! Ohne! Egal! Aber trotzdem! In einer anderen Situation wäre es genauso gewesen! Ohne! Genau wie diese! Ne! Der hat jetzt dazu gespielt! Ball auf! Nein! Also gehen jetzt beide drauf! Okay! Ich bleib ein bisschen hinten! Ohne! Schieß noch! Okay! Mati für dich! Naja! Ich! Mati für dich! Der war gut! Nein! Oh! Alter! Das kann ruhig sein hier! Leo du spielst ihn wieder zurück! Oh! Nein! Der darf nicht reingehen! Der darf nicht reingehen! Egal wie ich ihn treffe! Er geht nie nach vorne! Er geht niemals zurück! Nein! Nein! Das wird ein Tor! Alter! Der hat mich zerstört! Ich habe ihn! Ja! Der hat mich total zerstört! Der zerstörte mich wieder hier! Was soll der Scheiß? Du Tantum wieder, wa? Ich weiß nicht! Ja! Wenn die anderen mich zerstören ist das ja noch okay! Oh! Alter! Alter! Ja! Ich habe vorbei gespielt! Aber Leo! Ja komm mal! Die kriegen dann ein Tor! Das ist doch scheiße! Ja toll! Jetzt kriegen die auf jeden Fall ein Tor! Wir müssen mal ein bisschen besser spielen hier glaube ich! Einer bleibt in der Defensive! Ist immer so! Oder Mitte zumindest! Ja! Aber wir fahren einfach alle den Ball hinterher! Das ist wirklich scheiße! Ja! Auf jeden Fall! Wer was hinten ist, bleibt hinten! Ich bin jetzt dicht! Ich bin hinten! Ja das bist du! Matzi dann musst du weg! Ja warte! Alter nicht wegstoßen du! Ja das war Absicht! Du hast mich weggestorfen worden! Es war Absicht! Aber ich habe einen kleinen Leck! Nein! Oh der kommt gut mit! Leute der kommt mit! Ja ich bin hinten! Ich bin hinten! Ja sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Okay! Oh man! Der der jetzt hinten ist, der muss dann auch hinten bleiben verteidigen einfach! Ja oder zumindest Mitte vorfahren! Ja! Wenn ich ganz, wenn wir ganz vorne ist! Tantum ist hinten! Okay! Okay! Warte dann mache ich! Nach! Er hat mich wieder gefault! So! Oh schön Matzi! Oh! Alles klar! Tschüss! Ich bin vorbei gefahren erstmal! Leo! Alter! Alles mal zurück! Haha! Okay! Oh ne! Der kommt richtig! Kommt richtig! Nein! Der kommt richtig! Ah! Alter! Der ist auf Latte gegangen! Oh mein Gott! Warte auf da! Warte auf da! Da kommt ja aus Mitte! Okay! Sehr gut! Alter! Ja! Was machst du? Haha! Ich hab den Ball verweht weil ich... Ja! Oder oder! Oh! Da Mitte! Ja ich kann nichts machen! Oh Matzi ist ja auch nicht! Okay! Ich hab ihn hab wirklich geblockt! Jawoll Leo! Ja okay! Jetzt weg! Ah! Nein! Nein! Ja! Der crashed mich einfach! Rechtsregel! Alter! Jawoll! So! Jawoll! Jetzt mal hier ein bisschen... Nein! Ich bin daneben gesprungen! Ich bin daneben gesprungen! Alles egal! Da kommt Mitte! Da kommt Mitte! Ah! Scheiße man! Ey! Ich bin genau mitten auf der Torlinie gewesen! Aber die sind gut ne! Alter! Nein! Ne! Da ich hab ihn weggeschossen! Ja sehr gut! Okay! Oh danke! Na! Beide vorbei! Nein! Ja! Sehr schön! Gott! Die sind immer zur Stelle! Ja guck mal! Das kann nicht sein! Ey! Jetzt stoße ich mich noch weg! Ja! Ich hab ihn in die Richtung geschubst! Leo! Ah! Ich wollt den Krankenhaus! Komm Matzi! Das wärs jetzt! Okay! Sehr gut! Jawoll! Easy! Jawoll! Sehr gut! Wow! So spielen wir nämlich immer! Erstmal schönen Rückstand! Und dann... Nein! Wir waren ja im Büro! Aber richtig! Also doch zum Krankenhaus! Durchbruch! Weißt du? Achso! Ich bin jetzt... Ja okay dann! Ich geh vorne! Ich auch! Ich bleib Mitte! Ja! Schön! Okay! Boah! Leo! Leo! Oh Mann! Leo solche Bälle darfst du nicht verlieren! Aber richtig! Ich hab immer ein Turbo irgendwie ein! Also... Ich sollte aufhören! Oh nein! Nein! Jetzt kriegen wir ihn wieder! Das kann doch nicht sein! Nein! Aber solche Bälle darfst du nicht verlieren! Ja! Das ist der Job vom Tormann! Ja! Ja! Dass genau solche Sachen nicht passieren! Genau! Ich schalte nie wieder Torbein! Bei solchen Bällen! Okay! Ich bin! Ich bin! Okay! Das geht! Oh! Die blocken mich hart! Okay! Der wird nach vorne schießen! Und ich werde ihn blocken! Na was geht der denn? Matze! Ja! 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 Leo! Geh nach hinten! Leo! Oder bleib mit! Irgend so was! Scheiße! Aber jetzt machen sie halt voll den Countdown! Ne? Ja! Aber richtig! Die wollen jetzt! Die wollen jetzt gewinnen! Ah! Alter! Du bist doch ohne hier grad! Du bist doch ohne hier grad! Ja! Komm! Jetzt geht's nach! Jetzt gibt's auf jeden Fall! Ach viel Zeit! Jetzt bin ich hinten! Ja! Aber trotzdem! Ich bin hinten! Oh! Okay! Oh! Ja! Wir haben gewonnen! Jawoll! Boah! Alter! Wenn euch diese kleine Folge gefallen hat, dann würde ich mich über ein Träumchen freuen! Das wären Träumchen auch! Oh! Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Roggeleech! Also! Bis demnächst! Wir können nochmal schauen! Blau hat gewonnen! Also wir! Wir können nochmal schauen hier! Ne! Wir sind Rot! Nein! Wir sind die Blauen gewesen! Und ich war Zweiter auf jeden Fall! Ah! Zweiter ist auch immer gut! Also! Wenn's euch gefallen hat, lasst ein kleines Däumchen da! Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Roggeleech! Bis denn! Ciao! Und schaut auch bei den anderen vorbei! So!